Wir wollen unsere Produktion-Line unterbrechen. All Produktion wird für 90 Minuten gehalten. Warum? Weil es wichtig ist für alle unsere Worte. Damit uns das gelingen kann, müssen alle Beschäftigten weltweit mit an Bord sein. Dieser Funke muss von hier bis nach Mexiko, China und Australien überspringen. Die Menschen sollen verstehen, wieso wir das tun und was jeder Einzelne dazu beitragen kann. Deshalb haben wir den Climate Action Day 2022 erstmals ins Leben gerufen. 90 Minuten Zeit, in denen sich wirklich alle mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen. Das war die Idee. Als Schäffler auf uns zukamen, waren wir sofort dabei. Uns war klar, das wird ein sehr besonderes Projekt. Und in Kreativworkshops haben wir verschiedene Ideen entwickelt, die wir auch direkt zur Umsetzung gebracht haben. Uns war es wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen weltweit so einfach und intuitiv wie möglich auf alle Lerninhalte zugreifen können. Und sie sich schnell zurechtfinden, damit sie sich direkt dem Thema widmen können. Die Begeisterung musste sich übertragen. Egal, von wo sich jemand zuschaltet, das Lernerlebnis musste das gleiche sein. Als Ausgangspunkt haben wir dafür eine Art Landingpage mit Chatbot erstellt, mit allen Informationen zum Climate Action Day. Von Videogrüßen sämtlicher Vorstände über die Auswahl der Workshops bis hin zur Möglichkeit, eigene Ideen einzureichen. Das war alles aus einem Guss und so verknüpft mit Microsoft Teams und dem Learning Management System von Schäffler, dass es keine Medienbrüche gab. Die Ergebnisse und das Feedback zum Climate Action Day waren überwältigend. Wir haben Monate gebraucht, um die über 20.000 Ideen in den vier Kategorien Green Products, Green Production, Green Materials und Green Behavior zu analysieren. Der Funke hat definitiv gezündet. Für uns ist ein Projekt dann gelungen, wenn der Kunde messbare Erfolge nachweisen kann. Das ist unser Ansporn, das ist das, was wir erreichen wollen. Denn nur wenn die Ergebnisse stimmen, können Lernen und Weiterbildung ein integraler Bestandteil der digitalen Transformation sein.